So, da sind wir wieder in der Base von Dark Descent. Aber jetzt setzen wir noch einen drauf und zwar noch eine Darkest Descent Challenge. Das heißt, von Darkest Dungeon geleitet. Das heißt, wenn Characters zu down gehen, dann sind wir instant tot. Wir dürfen nicht mal heilen oder retten. Und wir dürfen die Materialien benutzen, die wir in der Laufe der Zone finden. Diese Kulturwaffe. Hier können wir was machen, wenn wir die Dienstpistole angeschauen. Auf Level 3 Marine. Jetzt geht da nichts. Level 2 Marine. So, stehen wir jetzt erstmal hier in ein ziemliches Quartier. Aber da ist keiner am Staub. So, und dann müssen wir es mal hier und die Leute wieder ausrüsten. Genau, er will. Hat schon. Klickt der Rudi Pack. Das ist wichtig. Er kriegt eine... Eine- Knoten, die wir jetzt halt um Sie wissen. Der war deutlich. Der war auch nicht. Der soll die, die sind da und ich sage, ein A-P haben. Die können wir so schnell Louren. Wir müssen das leider entdecken. Die sind komplett Sackd Und die haben. Der hat man die Registung. So, dann geht das zur Karls. Das ist tatsächlich. Das ist ja geil. Das ist schon. und dann gehen wir mit dem Haze-Hack für den Hupfer ein Genau, verstanden Deadhills Einsatzposition Wir starten mal hier, dann machen wir erst die beiden und gehen dann hier rüber Genau So Wir können hier Dienstwältigsten Genau So, dann Gehen wir auch hinzufügen 4 Medipacks 5 Sets Wir nehmen maximal Medipacks mit Scheiße, oder? Und 4 Schraubschritte müssen reichen Ja, ich würd sagen 5 Medipacks reichen, weil wir dann bestimmt noch nicht finden Und dann geht's los Und dann geht's los 5 1 9 2 1 2 2 2 3 3 3 3 So, sorry, it's mal, I just showed us a little bit. So kann man die Kamera ausprobieren. Hier geht es nicht hinunter. So, wir gehen jetzt auf die Karte. Wir müssen hier oben. Oh, da ist ein Bierstein. Schön gehen lassen. Dann schießen wir nämlich direkt die Fahrzeugen und Endings auf Tauben sollten. Ein oder nicht. Faktivien, noch nicht. Nichts gibt alles. Da ist was. Aber erstmal alle hier rüber. Hier kommt ein Signal. Das Signal kommt von hinter dieser Bulk-Head-Door. Es sieht aus wie eine Decontamination Chamber. Du solltest es sein können. Es gibt einen Terminal neben der Entrance. Okay. Das ist hier. Geht auf Treuze. Das war's nicht. Das ist hier. So, jetzt noch etwas sind. Echt? Wer sind eigentlich nichts? Das noch etwas? Die Neubertragung ist sehr offen. Das ist alles im Moment. Bist du? Wie lange ausgedrückt? Oh mein Gott, was er macht's? McNeil, McNeil Uh, not much. Sousa recovered a weird corpse next to the slaughterhouse. I've never seen anything like it myself. But then I look after herd animals and stitch up the occasional wound in someone who should know better. I'm not a xenobiologist. Or a fighter. Before she left, Sousa insisted I keep this. Said it was automated, but I never managed to set it up. Alright Marines, grab that sentry gun and get the vet out of here. She ate a medic, but I'm sure Bookard will appreciate the help. Oh my god. Okay, let's go ahead and follow. There's also a box. And a data pad. There's also a box. Oh, an automatic shield. Naja... Und deswegen auch gut, dass wir nicht komplett mitgenommen haben, weil z.B. eine Schilderwelle weggefilmt haben. Und sonst were sie liegen lassen müssen. Naja... Sprich mit McNeil. Guck mal, super. Ja, wir geben uns den Weg hier jetzt. Genau. Wir befinden uns jetzt. Da war ich nicht schlimm, oder? Okay, genau. Jetzt können wir jetzt automatischen Beschützer ausstellen. Genau, hier. Und jetzt wollen wir die Schleunen hinzu. Ich glaube, da soll ich irgendwo hinterkommen gehen. Vielleicht ist das Gemartem Beschützer aufstellen. Wir müssen, dass das nicht zufrieden ist. Da, da. Oh nein. Zurück einfach! Ah, ich versuch! Inライt! Noch mehr Netze sind nochenko. Die Bevorragende werden. Affirmative. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Erinn! Ja. Aber ich glaube wir laden noch mal 10 Minuten zurück und lassen die Leute wieder beim Geschütz stehen. Das ist glaube ich ein bisschen schlau. Ich dachte jetzt Geschütz schafft die alle alleine die Gegner. Genau. Oh ja. Weil das Ding ist, wenn natürlich alle dauer gehen sollten, dann fühle ich mich einfach ein bisschen mit anderen, weil ich mir das gleiche. Und dann muss man halt ein Zelt gehen wollen. Ich glaube, es wird schon Zelt gehen, es ist eine Flamme zu holen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist eine Flamme. Das ist mein Wunsch. Datapad... und... ... er ist da... ... der 2... ... dann hier... ... vollgeholtes... ... gut, alle hier rüber... ... so... ... und jetzt mal lassen wir die hier stehen... ... wir sollen auch entschießen... ... dann können wir direkt das... ... und beschützen... ... okay, jetzt kommt das zu der Seite... ... ich glaube jetzt... ... ich glaube jetzt... ... jetzt... ... und jetzt... ... auf der Scheibe! engager processen decontamination in cool im er ist Das ist zuhause, aber nicht. Wir haben hier geflüchtet. Ja, das ist super. Was? Ja, da kommt alles gut. Das Nest hat eine Yacht gestartet. oh, jetzt... oh der gefehlte? ah, der gefehlte? oh, der gefehlte? oh, der gefehlte? oh, der gefehlte? ah, hier, der gefehlte ja, der gefehlte, der gefehlte ja, der gefehlte ja, der gefehlte jetzt kommen die Trüge nicht mehr gehen erstmal hier vorne bevor da einfach ganz alleine steht mit einem jetzt für die Probe ich weiß noch nicht, wofür die Probe sind damit können wir in ein Labor und dann was machen ok, ja, das ist so gut oh, so gut dann gehen wir hier rüber, würde ich sagen wir gucken mal, wenn wir da rüber kommen wo der Eingang ist ganz kleiner wo ist der Eingang? also, auf der anderen Seite können wir eigentlich den Panzerwahn auch schon mal rüber fahren so so, aber ab jetzt geht es natürlich er wird slow to down, game done mussten wir damit leben genau oder tun wir in die Bar können wir auch gleich mit rein jetzt gehen wir erstmal rein jetzt gehen wir erstmal rein was ist der los prüfen die Terminals von der Quartiermeister also hier ist was ach, hier ist die Termin ok ob sie noch was da unten gibt mit da ist auch noch eine Kiste jetzt vor und hier ist noch eine Leiche mit und noch ein Schraubschlüssel gehen wir in die Bar rein let's go da ist ja da ist ja 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 Das ist ein Datapand. So, mach jetzt mal ne Leiche, würde ich mal durchsuchen. So, das wars dann auch wieder da. Geht nichts. Ok. Hm, ruf die Karte rein. Dann gehen wir drüben rein. Was da ist. Ich arbeite die Punkte einfach so ab. Wenn ich denk, dass wir genug gesammelt haben oder wir total am Arsch sind, dann hauen wir halt ab. So. Genau, das heißt natürlich auch, dadurch dass wir diese Bonus-Zone aus der Base nicht machen können, wie wir die Beschaffungsdinger, sondern sofort eine Mission machen müssen, müssen wir natürlich auch meine neuen Fischler-Zone in der Bühne dort heilen. Da müssen wir noch eventuell auch Nöte, die noch nicht ausgeruht sind, wieder in die Mission schicken. Ich hoffe, dass das geht. Sehen wir mal. Trotzdem müssen wir mal einmal überspringen oder so. Gibt's hier noch was? Hier müsste ja was geben oder? Symbol. Der Stress geht relativ hoch, aber ich werde noch ein bisschen warten. Wir wollen uns in die Pellegonen bauen. Dann kann man eigentlich den Stress von seinen Leuten wieder erzählen. Das ist da ungefähr so wie die Fackel, der da ist da drin. Das ist gar nichts, ich weiß. Wenn wir hier rein... Oh, Blue Queen, Blue Queen. Das ist auch mal links. Was haben wir da? Was gibt's gibt es? Was gibt es? Was gibt es? Ich hab ein Sponschlüssel, ein Erziehen, ein Erziehen, ein Erziehen. Sehr gut. Erziehen auch ein Datapad. Wie kann man sich überall durchlesen mit dem Datapad? Wie kann man sich überall durchlesen mit dem Datapad? Hab ich nicht so viel Bock drauf, das dauert nie ziemlich lang. Könnt ihr euch denn selber durch das, wenn ihr es mal nachspielen wollt? Da kommt er etwas unbekanntes. So, vielleicht was mit ihm machen müssen, keine Ahnung. Boil? So, das ist ein Zeug. Okay, das ist ein Zeug. Das ist ein Zeug. Oder das ist ein Zeug. Was gibt es hier? Ach da! Ah, Zugangskarte! Die müssen wir hier holen. Oho, nur für die Gegnerkarte. So, schnell rüber, schnell schnell rüber. So, ist auch das Ding. Der Torrent ist frei. Sehr gut. Komm mit, Junge. So, wir zeigen den ersten zum Panzerwagen. So, wir können die Kräfte aufbauen. So, wir können die Kräfte aufbauen. So, wir können die Kräfte aufbauen. So, hier. So, wir können die Kräfte aufbauen. Dann geht aber auch langsam weiter. Das ist gut verliegen, der A geht. Dann geht es weg. So. Ich habe mehrere Signale. Überlebende rausholen. Sehr gut, nice. Wir haben einen Überlebenden gerettet. Mr. Torrents ist gesichert. Sehr schön.